Hallo, es ist Ende Oktober, bald kommt Halloween, die Nacht zum 1. November zu Allerheiligen und ja, es ist ja eine besondere Nacht, das wissen viele. Ich erzähle ein Märchen dazu. Es kommt aus Tirol und es erzählt von einem Bauern, einem Bergbauern, der hatte seinen Hof hoch oben in den Bergen, ein Stück unterhalb des grünen Sees, der sehr hoch oben lag und dieser Bergbauernhof von den Bergbauern war der am höchsten gelegene Hof. Ah, das Leben dort oben war hart, karg und hart. Ja, der Bauer lebte da allein, er hatte nicht viel, zwei, drei Ziegen. Ja, sein Haus war in keinem guten Zustand, das Dach hatte Löcher, das Leben war wirklich schwer. Und eines Tages im Herbst, es war, genauer gesagt, der Abend vor Allerheiligen. Da saß der Bauer in seiner Stube und er löffelte eine Suppe, draußen stürmte es, es war schon kalt, es regnete, es goss. Und plötzlich klopfte es an der Tür und der Bauer ging hin, dachte, wer kommt denn so spät noch, es war ja schon finster draußen, wer kommt denn? Und diese Tageszeit noch des Weges und er öffnete und draußen stand ein Mann, so in, offenbar ein Bettler, ganz zerrissene Gewänder, alles schwarz, der war ganz schwarz gekleidet und der Besucher, der Fremde, der bat, kannst du mich aufnehmen für eine Nacht nur. Bei so einem Wetter, antwortete der Bauer, lasse ich niemanden draußen, komm. Und er bat den Besucher rein und gab ihm auch einen Teller mit Suppe, ein Stück Brot, sie aßen, es gab auch Quellwasser zu trinken. Und dann richtete der Bauer seinem Gast einen Platz zum Schlafen, möglichst beim Feuer, dass der sich wärmen konnte. Und am nächsten Morgen, da gab er ihm eine Schüssel mit warmer Milch und noch ein Stück Brot und sie aßen gemeinsam. Und bevor der Fremde sich auf den Weg machte, da sagte er, ich danke dir für deine Hilfe. Ich kann dir nicht viel dafür geben, das siehst du ja, nur meinen Segen, den sollst du haben. Der Bauer nickte, ist schon gut, sagte er, und begleitete seinen Besucher zur Tür und schaute ihm nach, wie der so weiter hinaufging Richtung Grüner See. Und der Bauer wunderte sich, was der Mann so spät im Jahr dort oben wohl zu tun hatte. Aber gut, vielleicht wollte er über den Pass gehen, der nach dem See war, ja, war nicht seine Angelegenheit. Er sah auch, dass dieser Bettler, dieser schwarze Bettler einen Sack hatte, auch ganz schwarz, den trug er mit sich leer offenbar. Naja, der Bauer kümmerte sich nicht weiter drum. Der Winter verging, es kam der Frühling und es war ein guter Frühling für den Bauern. Seine Wiesen, die blühten üppig und die Ziegen wurden satt und es gab junge Ziegen, stellt euch vor. Und der Bauer konnte ein paar Ziegen verkaufen und das Dach flicken. Und ja, und die Ziegen gaben Milch, die gaben viel mehr Milch als sonst und er konnte sogar Milch verkaufen und ja, einiges anschaffen. Sogar eine Kuh, Heu. Ja, und dann kam der Herbst wieder und es wurde kalt und finster und am Abend vor Allerheiligen saß der Bauer wieder in seiner Stube und löffelte eine Suppe, als es an der Tür klopfte. Es war schon finster draußen und es regnete und stürmte wieder und der Bauer dachte, ja, wer kommt denn noch so spät und öffnete die Türen. Draußen stand, was meint ihr natürlich, der gleiche wie das letzte Jahr, der schwarzgewandete Bettler. Kannst du mich aufnehmen für eine Nacht? Natürlich, bei so einem Wetter soll keiner draußen bleiben. Komm herein. Und der Bauer gab es, einen Besucher zu essen und es gab diesmal eine kräftigere Suppe und er gab ihm einen Platz zum Schlafen. Und am nächsten Morgen eine Schüssel mit warmer Milch, Kuhmilch diesmal und Brot. Und der Besucher, der schwarze Bettler, der bedankte sich. Ich danke dir für deine Hilfe. Du weißt ja, ich kann dir nichts geben, außer meinem Segen. Den sollst du haben. Danke, sagte der Bauer, begleitete seinen Besucher zur Tür und schaute ihm nach, wie der so weiter hinauf ging Richtung grüner See. Nun, das Jahr, das jetzt kam, wurde womöglich noch besser für den Bauern als das Jahr davor. Die Ziegen gaben Junge, die Wiesen blühten, blühten, sprießen. Es gab wunderbares Gras und feine Kräuter für die Ziegen und die Kuh. Und ja, der Bauer konnte Milch verkaufen, konnte Käse machen und den verkaufen. Er konnte sogar einen Markt anstellen. Ja, er konnte sogar ein bisschen Geld zurücklegen für den Winter. Er fühlte sich richtig reich. Und er begann sich so zu überlegen, ob dieser Segen, den er da erlebte, etwas zu tun hatte mit dem Besuch dieses schwarzen Bettlers und mit dem Segen, den der ausgesprochen hatte. Er wartete gespannt auf die Nacht vor Allerheiligen. Und er bat seine Magd an dem Abend ein gutes Essen zu kochen. Und tatsächlich, als es dunkel war und der Bauer am Tisch saß und gerade mit der Suppe anfangen wollte, klopfte es. Und der Bauer eilte zur Tür und draußen stand der schwarzgewandete Bettler mit seinem schwarzen Sack. Kannst du mich aufnehmen für eine Nacht? Von Herzen gern, antwortete der Bauer. Komm, es ist alles schon vorbereitet. Es gab ein feines Essen und diesmal bekam der Gast sogar ein Bett und am nächsten Tag ein gutes Frühstück. Und bevor er sich auf den Weg machte, sagte der schwarzgewandete Bettler wieder, ich danke dir sehr für deine Gastfreundschaft. Und du weißt ja, ich kann dir nichts geben dafür, außer meinem Segen. Den sollst du haben. Und da fragte der Bauer zum ersten Mal, wer bist du? Ich. Ich bin ein Segen für die, die ich segne. Und ich bin ein Fluch für die, die ich verfluche. Da schwieg der Bauer still. Er begriff, dass sein Besucher ein Zauberer war, über Zauberkräfte verfügte. Er begleitete ihn zum Ausgang und schaute ihm nach, wie er da zum grünen See hinaufging. Und der Bauer fragte sich wieder, was, was, was sucht er dort oben um diese Jahreszeit? Und der Bauer war neugierig und er beschloss, dem Zauberer zu folgen, unbemerkt. Er wartete, bis der über einer Kuppe verschwunden war. Und dann eilte er ihm nach, verbarg sich hinter Büschen und schlich zum grünen See hin, ging ein Stück in die Senke, in der der grüne See lag. Und er sah, dass da nicht weit vom Seeufer ein großer Brunnentrog war, mit einer steinernen Platte darauf. Und er sah, wie der schwarze Bettler, der Zauberer, diese Steinplatte ein Stück zur Seite bewegte und mit der Hand in den Brunnentrog griff und etwas wie Schlamm herausholte, das tat er in seinen Sack. Und das tat er dreimal. Dann verschloss er den Sack, schob die Steinplatte wieder zurecht, warf sich den Sack über die Schulter und ging am Seeufer entlang und am anderen Ufer über den Pass und dann verschwand er wohl hinunter ins Tal. Und als er verschwunden war und der Bauer sicher war, dass er jetzt nicht mehr wiederkäme, eilte der Bauer auch zu dem Brunnentrog und schob mit viel Mühe die Steinplatte ein wenig beiseite und griff in den Brunnentrog und holte den Schlamm hervor. Und er konnte seinen Augen nicht trauen. Das war kein gewöhnlicher Schlamm. Das war Gold, reines Gold, Goldkörner. Der Brunnentrog war voll davon. Ein Schatz, ein Schatz! Der Bauer wurde ganz aufgeregt. Er tat das Gold zurück in den Brunnentrog, schob die Steinplatte zurück und überlegte fieberhaft, was er machen sollte. Und er kehrte zurück zu seinem Haus. Am nächsten Tag sagte er zu seiner Magd, dass er für ein paar Tage unterwegs sein würde und trug ja auf, was sie zu tun hätte in dieser Zeit. Und dann eilte er zu einem Bauern ein Stück weiter unten im Tal, ließ sich von ihm zwei Maulesel aus mit Säcken und dann stieg er wieder hinauf, stieg zum grünen See hinüber mit den Mauleseln zu den Brunnen, schob die Steinplatte beiseite und begann, um die Säcke zu füllen mit dem Goldschlamm. Prall füllte er sie, bis der Brunnentrog leer war. Da waren die Säcke voll und der Brunnentrog war wirklich leer gekratzt. Der Bauer schob die Steinplatte zurück, er hatte viel Mühe, jedem der Maulesel einen dieser schweren Säcke aufzuladen und dann wartete er bis zum Einbruch der Dunkelheit, verbrachte die Nacht dort raus, obwohl es kalt war, aber bei seinen Mauleseln. Die wärmten ihn ein bisschen. Und dann, am nächsten Morgen, als der Morgen graute, ging er auch am See entlang und dann über den Pass hinunter ins Tal. Dort war eine große Stadt, dort wollte er hingehen und das Gold verkaufen. Er kannte dort einen Kaufmann und er wusste, dass der ehrlich war. Und so ging er zu dem Kaufmann hin. Und er hatte Glück, der Kaufmann war da und empfing ihn. Und der Bauer sagte, ich zeig dir etwas und lud mit viel Mühe einen der Säcke von einem Maulesel und schleppte ihn in den Laden und bat den Kaufmann, die Tür zu schließen. Und dann öffnete er den Sack und holte das Gold hervor. Der Sack ist voll davon, sagte der Bauer. Was gibst du mir dafür? Ich habe noch einen zweiten. Das kann ich nicht bezahlen, sagte der Kaufmann. Es gibt nur einen in dieser Stadt, der so viel Geld hat. Er ist ein seltsamer Kerl, aber ich führe dich zu ihm. Der Bauer verschloss den Sack wieder, hatte das Gold zurückgetan, lud den Sack dem Maulesel auf. Der zweite Maulesel war schön brav dagestanden. Dann gingen sie, ihr meint, das war unvorsichtig, den zweiten Maulesel so dastehen zu lassen. Stimmt. Aber irgendwie hatte der Bauer gar nicht so groß überlegt. Der Bauer war so aufgeregt. Der hätte sich, ich weiß nicht, wie geärgert, wenn der zweite Maulesel weg gewesen wäre mit dem Goldsack. Aber der war zum Glück nicht weg. Der Bauer war so aufgeregt, sage ich euch. Der Kaufmann führte ihn zu einem großen Haus, an einer Straßenecke. Das sah ziemlich heruntergekommen aus. Der Putz bröckelte überall. Aber der Kaufmann sagte, lass dich vom Äußeren nicht täuschen. Da drin wohnt der reichste Mann weit und breit. Wenn jemand dir das Gold abnehmen kann und dafür bezahlen kann, dann er. Leb wohl. Nun, der Kaufmann ging. Der Bauer begab sich mit seinen Mauleseln zum Tor dieses Hauses und klopfte. Das Tor schwank auf, wie von unsichtbarer Hand bewegt. Und er trat ein in einen Hof und sah, wie das Tor sich hinter ihm wieder schloss, von unsichtbarer Hand bewegt. Eine Tür öffnete sich in das Haus und der Bauer betrat das Haus. Er ging von einem Raum zum anderen und staunte, wie kostbar hier alles eingerichtet war. Welche Schätze es in diesem Haus gab, das doch von außen so unscheinbar war. Und dann kam er in einen Raum, da kam ihm ein Mann entgegen, in einem schwarzen, seidenen Gewand mit goldenen Sternen darauf. Und als der Bauer ihm ins Gesicht schaute, da erstarrte er. Denn dieser Mann war niemand anders als sein Besucher, der schwarze Zauberer. Du bringst mir also mein Gold. Ich wusste nicht. Ja, du wusstest nicht. Aber du wusstest, dass es nicht dir gehört. Wie kommst du dazu, es dir einfach zu nehmen? Du hast Glück. Im Grunde ist nichts Schlimmes geschehen. Du hast mir einfach mein Gold alles auf einmal gebracht und mir die Mühe genommen, jedes Jahr dort hinauf zu steigen. Nun gut, komm mit. Der Bauer zitterte. Der schwarze Zauberer führte ihn in eine Kammer. Da stand ein Tisch und drauf war eine Kugel aus Bergkristall. Setz dich, befahl der Zauberer, reichte dem Bauern die Bergkristallkugel und sagte, schau hinein. Der Bauer schaute in die Kugel. Am Anfang war alles wie im Nebel, aber dann sah er sich mit seinen beiden Mauleseln, mit leeren Säcken, auf dem Rückweg. Dreimal übernachteten sie in Gasthäusern und er zahlte jedes Mal mit einer Silbermünze. Und dann kehrte er heim. Dann verschwamm wieder alles und es war nur noch Nebel zu sehen. Du wirst gut heimkommen, du wirst Geld brauchen für die Übernachtungen, hier hast du die drei Silbermünzen. Kümmere dich fortan, nicht um die Angelegenheiten anderer. Mein Segen wird dich weiter begleiten. Der Bauer wusste nicht zu sagen nachher, wie er aus diesem Haus herausgekommen war. Er war dann auf dem Hof und da standen seine Maulesel. Die Säcke waren leer. Offenbar hatte jemand das Gold abgeladen. Das Tor öffnete sich. Sie traten hinaus auf die Straße. Der Rückweg verlief genauso, wie er es in der Kristallkugel geschaut hatte. Dreimal übernachtete er mit seinen Mauleseln, bezahlte jeweils eine Silbermünze und dann brachte er die Maulesel dem Nachbarn zurück und ging hinauf zu seinem Hof unterhalb des grünen Sees. Er hat dann noch viele Jahre gut gelebt. Der Segen des Zauberers hat ihn weiterhin begleitet. Aber gesehen hat er den schwarzen Zauberer nie mehr wieder. Der zeigte sich nicht mehr. Und als der Bauer im nächsten Frühling zum grünen See hinaufstieg, um nach dem Brunnen zu sehen, nach dem Brunnentrog, da war der Trog mit der Steinplatte verschwunden. Und dort, wo er gestanden hatte, da sprudelte eine starke Quelle und er goss sich in den See. Und das Wasser dieser Quelle, das war köstlich. Beklüche. Das war's. Ja, ich hoffe, ihr habt Freude mit diesem Märchen aus Tirol und sage euch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.